Okay, das ist jetzt ein kleiner Keto-Snack, den ich immer esse, wenn der kleine Hunger so kommt. Diese Gurke ist auch schon angeschnitten, aber ist egal, verwenden wir trotzdem. Muss ja auch nicht immer alles schön aussehen, ne? Muss umsetzbar sein. Einmal in der Mitte durchschneiden, zack. Und das hier habe ich noch übrig, das ist einfach Thunfisch angemischt mit ein bisschen Frischkäse, Salz, Pfeffer. Das war's, mehr ist da nicht drin. Das gebe ich dann immer so ein bisschen auf die Gurke. Riecht halt wie Katzenfutter. Aber ist nicht schlimm. Ich esse es abends, bis morgens ist der Geruch dann weg, wenn ich Zähne geputzt habe. So, gut. Oh, 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 warte, warte, warte. Ich habe heute noch Sesamsamen gekauft. Die machen sich da sehr, sehr gut drauf. Wieso willst du nicht aufgehen? Sesam drauf. Das ist eine 10 von 10.